Hallöchen meine Freunde und damit herzlich willkommen mal wieder zurück zum ATS Schwerlastprojekt und ich weiß nicht, aber irgendwie habe ich heute Durst auf Cola. Gut, man sieht jetzt ein bisschen scheiße, weil es ist ein bisschen finster. Aber ja, da wir ja gestern oder vorgestern, je nachdem, unseren Boiler abgeliefert haben, 95 Tonnen und Schwerlast eigentlich die Definition hat, über Länge, über Breite, über Gewicht oder eins dieser drei Faktoren sollte hinhauen, habe ich mir gedacht, okay, über Länge und über Gewicht haben wir hier definitiv. Denn wir haben hier einen Roadtrain oder Triple Trailer, je nachdem, keine Ahnung, ob das schon als Roadtrain gilt, von Coca-Cola mit einem Kenbo W900, dazu später gleich noch mehr. Wir haben insgesamt 82 Tonnen und müssen nach Phoenix, Arizona, dementsprechend hier von Las Vegas aus. Ja, wie gesagt, dreifache Anhänger, vorne ein stinknormaler Trailer, hinten dann zwei Tandems, ein bisschen mit dran, 82 Tonnen. Warum jetzt der W900? Das ist jetzt bestimmt der vierte Aufnahmeversuch, den ich hier mache, ohne Witz. Der Mod funktioniert 1A, also Mod, by the way, ist ja ganz klar. Das Problem ist nur, wir haben jetzt hier den Peterbilt W900, 625 PS bei 2900 irgendwas Newton. Das Problem ist, der Peterbilt mit 600 PS und auch der 625 hat es nicht geschafft. Also wirklich, wir haben Ansteigungen gehabt, also eine Highway-Auffahrt. Wir kamen einfach nicht hoch, trotz Automatik, äh Quatsch, trotz manueller Schaltung. Meine Hoffnung hier jetzt, es funktioniert jetzt. Kann natürlich auch wieder in die Tonne gehen. Gut, ihr seht ja das Video nie, aber wenn es klappt, dann ist es ja mindestens online. Nein, also Erfolg versprechen kann ich hier definitiv nicht. Wir können unser Bestes geben. Ansonsten der W900, der ist jetzt nicht hier mit Schwellers oder irgendwas großartig ausgerüstet. Wir haben 6x4. Haben wir, guckt mal in den Spiegel, wie gesagt, das zieht sich schon noch eine ganze Weile, ja, bis wir hier hinten rum sind. Ich schalte mal eine Tausendkamera. Ja, ähm, das zieht sich schon noch eine ganze Weile. Wir haben auch zwei Möglichkeiten, das Ganze hier zu veranstalten. Einmal als Triple Trailer, beziehungsweise dann als Double Trailer. Double Trailer ist natürlich mit 60 Tonnen wesentlich, äh, wesentlich einfacher, ja, wesentlich leichter, wohlbemerkt. Aber ganz ehrlich, ich will ja hier ein bisschen Herausforderungen haben. Auch wenn ich an der Herausforderung eventuell scheitere. Das kann alles möglich sein. Aber man will es ja wenigstens versuchen, ja. Man muss ja wirklich sagen, man sieht auch hier links so im Spiegel, naja, dass ich ja mal hier über den Bordstein drüber bin. Da habe ich es mal wieder zu gut gemeint. Muss ich hier schon rum oder da vorne rum? Da vorne muss ich erst rum. Wir haben jetzt hier den Vorteil, äh, beispielsweise, wo es nicht geklappt hat, das kann nur einfach daran sein, dass es einfach, ja, zu hüglich war. Das kann alles, äh, durchaus möglich sein. Man weiß es nicht so wirklich. Wir sind jetzt hier, Gott sei Dank, in Nevada. Da hat man viel Brachland. Klar, man hat auch hier mal und da mal eine Steigung. Aber definitiv jetzt hier zum Beispiel auf den Highway hier drauf zu kommen, war jetzt keine krasse Auffahrt. Vielleicht ist das dann dementsprechend auch das Erfolgsrezept der ganzen Josee. Ich weiß es nicht. Ich mache mal hier so rundumfunzeln, abschgene. Gut, egal. Aber man merkt schon hier, man kurvt jetzt hier mit 27 Meilen rum und ich stehe auf dem Gas. Ja, ich stehe wirklich auf dem Gas, aber tun tut sich hier nicht wirklich viel. Jetzt kommen wir ein bisschen mehr voran. Jetzt kommen wir mal auf 30. Weil diese gerade Ausstrecken hier auf dem Highway mit Steigung und alles, das ist weniger das Problem. Problematisch wird es einfach nur, wenn eine relativ starke oder hohe Steigung voraus ist und man hat nicht genug Speed drauf. Man braucht hier wirklich den Schwung, den man mitnehmen muss. Dann schalten wir ja kurz in die Außenansicht und hoffen, dass wir keinen Unfall bauen. Ja, das ist halt schon in einer gewissen Art und Weise lang. Gott sei Dank habe ich wieder reingeschaltet hier. Man merkt halt jetzt schon, wir haben schon eine relativ kleine Steigung und der kackt uns hier komplett ab. Abgesehen davon, dass wir hier mehrere Spuren kreuzen. Schalten wir mal drunter in die Zähne. Bei 100.000 Umdrehungen sollte man eigentlich nicht kommen. Also bei 13 Meilen Halbmunde, wir verlieren noch weiter. Aber so sehr da, ich sag mal so, im Endeffekt das ganze Ausmaß. Ja, und der Siemel kann sich jetzt ein bisschen fangen. Sehr schön. Das ist schon mal wie im Westen. Man muss aber wie gesagt darauf achten. Wir haben nach hinten weg eine extreme Länge. Gut, was man jetzt durch diese tollen Auspuffrohre mal wieder nicht sieht. Danke, 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 danke. Aber im Moment, wir müssen gerade mal gucken. Wir müssen hier gerade aus. So, da kann man wieder doppelt hochschalten. Wir haben halt nach hinten weg schon eine gewisse Länge. Das ist schon nicht zu verachten, das Gespann. Und ich bin mir halt relativ unsicher. Also in einigen, das ist, der Mod basiert noch auf Update, ATS Update 1.6. Ich bin da jetzt nicht so der Meister, um zu sagen, wie alt dieses Update ist. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass eventuell Arizona da noch nicht dabei war. Ich weiß es nicht, aber ich kann es mir beinahe vorstellen, dass Arizona da noch nicht draußen war. Weil, irgendwie für diesen Bundesstaat ist das halt, ist das irgendwie nicht so wirklich geeignet. Ich meine, der Mörder fragt selbst. Man braucht für diese, gerade für den Triple Trailer, einen sehr starken LKW. Ich habe es mit dem stärksten Gliederbild versucht. Es hat nicht funktioniert. Und das Ding ist, klar, es gibt Mods hier, die neuen Scania, dass man die im ATS nehmen kann. Denn alles aber ganz ehrlich, das hat dann ja nicht mal viel mit ATS zu tun. Also wenn ich hier mit dem neuen Scania hier rumfahre, der hat dann zwar 750 PS, 25 PS mehr, der würde das dann eventuell dann auch ohne Probleme schaffen und alles, klar, ohne Frage. Aber das hat dann ja nicht mal viel mit amerikanischen Trucks zu tun. Deswegen hatte ich ja gesagt, das ist ja eher doof, das ist ja nicht Sinn der Sache. Es muss ja auch hier funktionieren. Deswegen jetzt einfach mal hier ein W900 genommen. Wir kommen jetzt, das läuft jetzt so aktuell gerade besser als erwartet. Wir sind schon mal sieben Minuten hier vorangeschritten, ohne, dass wir irgendwie stehen geblieben sind oder uns festgefahren haben oder whatever. Aber vielleicht kommt das noch, wenn wir hier irgendwie einen Highway wechseln müssen oder so. Ich weiß es nicht. Wir lassen jetzt hier aktuell ganz gemütlich rollen. Aber wir wollen es natürlich auch mit der Geschwindigkeit nicht übertreiben. Das ist ganz klar. Obwohl, hier hätte man schon mal ein bisschen mehr Gas geben können oder den Schwung ein bisschen mitnehmen können, merke ich jetzt so gerade ganz nebenbei. Aber manchmal verwechselt da mal auch, mal unterschätzt, teilweise die Steigungen, die hier kommen. Am 16. oder jetzt wird er, wird er, ja, am 16. kriegt er wieder ein bisschen mehr drauf. Sehr gut. Es sieht nämlich manchmal einfach nur aus, wie geradeaus waren, aber hier hängt dann doch schon teilweise mal ein gutes Gefälle mit drin. Aber gut, sei es drum. Hier läuft das noch gut. Wie gesagt, ich glaube, jetzt, da wir jetzt auch Richtung Arizona fahren, sollte das jetzt weniger hier Probleme geben. Aus Arizona raus mit der Ladung. Durch diese Steine. Also ich bin von Houston gestartet, wenn mich nicht alles täuscht, wenn man den Ort so ausspricht. Und da ging es halt einfach mal kurz durch die Stadt. Links, also von der Firma, bitte geradeaus. Links, also dann in die Stadt rein. Links und dann gleich wieder rechts auf die Highway-Auffahrt hoch. Mit dem normalen LKW, normaler Ladung, alles kein Problem. Mit den Double-Trailern auch kein Problem. Mit den Triple-Trailern hast du ein Problem. Weil der LKW kommt dadurch, dass du dann auf eine Kreuzung zufährst, links rum musst, musst du ja schon mal bremsen, weil Stoppschild und hier KI-Fahrzeuge, ist ja klar. Und dann Gas gibt's, dann musst du ja auch noch ein bisschen ausholen, weil du hast ja hinten drei Trailer dran. Und dann gleich wieder rechts rum, sprich, du fährst auf die Highway-Auffahrt manuell mit maximal 25 Meilen drauf. Dann kommst du, da musst du extrem schnell runterschalten und so weiter und so fort. Du bist fast ganz oben auf dem Highway und dann geht nichts mehr. Ja, dann ziehen dich die Trailer hinten runter, Motor verreckt und alles. So, sie können umfahren, vielen Dank. Wir können umfahren, das ist ja schön. Wenn wir das umfahren können, ist das schon mal sehr nett, weil, sagen wir erkannt, ey, ich bin zu groß, lohnt nicht. Dann müssen wir hier wenigstens schon mal nicht mehr anhalten. Das ist ja wie im Westen. So, wir gucken mal nach draußen. Es wird nämlich langsam hell. Das heißt, wir können ja schon mal Licht ausmachen. Ja, so sieht es aus. Coca-Cola. Da kann man auf jeden Fall ja viel davon trinken. Ja, und solche Lenkexperimente sollte man am besten auch nicht machen. Also schön sanft denken, weil die Trailer verzeihen einem das eher weniger. Ah ja, vorne haben wir zum Beispiel so ein bestes Beispiel. Okay, wir müssen das in Highway wechseln. Ja, und jetzt seht ihr das, was ich ja meine mit, ja, die Trailer verstehen da weniger Spaß darunter. Ja, jetzt hat es mich nämlich einmal kurz nach drüben gezogen. Da hat er mal kurz hier die Gegenspur Angst, würde ich behaupten. Ah, und jetzt haben wir hier vorne nichts. Ja, jetzt haben wir, ja, ja, das ist klassisch. Und daran wird es jetzt wieder scheitern, würde ich behaupten. Wir müssen nämlich hier auf dem Highway drauf. Und der Highway ist uns definitiv nicht wohlgesonnen. Ich gucke mal kurz hier auf der Karte. Äh. Ja, das ist ähnlich, was wir machen. Ne, wir müssen auf dem Highway drauf. Sehe ich das richtig? Ja, wir müssen so oder so auf dem Highway drauf, weil ansonsten, ja, wir jetzt da rumlang drücken, über die 66er Route 66. Da hätten wir zwar jetzt ein bisschen mehr nach Anlauf, aber dann selbst müsste man hier auf dem Highway drauf. Aber wir müssen auf dem 40er. Ja. Also, ich sage mal, ich wette mal so, wir werden es nicht schaffen. Aber, schauen wir mal. Gerade wenn die jetzt hier die Auffahrten dicht machen, sieht das dann eher ganz, ganz schlecht aus. Oder zum Beispiel jetzt so noch, was hier passiert. Weil dann muss ich jetzt einfach weg ran. Ah. Merkt ihr, was ich meine? So, und das war's. Und du siehst das aber halt auch bei jeder Autobahnauffahrt aus. Es wird nicht besser. Ja, wir stehen jetzt hier. Ich schalte jetzt selbst mal ein D ins Runde. Zack, Motor aus Feierabend. Also, die Axten schaffen es nicht, das hier zu ziehen. Wir haben ja einer der stärksten LKWs hier, die es gibt. Also, den stärksten. Wenn ich hier versuche, ich auszugehen. Und spätestens im dritten Gang reagiert er nicht mehr. Dann ist Feierabend, würde ich sagen. Schade, schade, Limonade. Muss man ja wirklich dazu sagen. Aber, wenn ihr dafür eine Lösung habt, könnt ihr sie mir gerne in die Kommentare schreiben. Aber das hatte ich mit den Peterbill, das hatte ich jetzt mit den, ihr seht es ja gerade mit dem Kennwurf genauso. Also, irgendwie, ist der Mod dann entweder nicht wirklich durchdacht oder es gibt irgendwelche ATS-Mods mit amerikanischen Trucks, die jenseits der 700 PS-Grenze liegen. die das hier wohlmöglich schaffen. Aber, wenn es er jetzt selbst nicht schafft, dann, dann weiß ich auch nicht weiter. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir könnten die Route 66 jetzt noch fahren und alles. Wir hätten aber so oder so diese Autobahn auffahrten. Es wird also, ich nenne es mal nicht besser. Und selbst wenn man jetzt sagt, okay, ich bin zu dumm zum Schalten, was ich ja nicht mehr abstreiten würde, kann man aber ganz schön können. Ich mal ganz kurz hier zeichnen. Echte Automatik einfach mal mit rein. Wir haben jetzt hier schon in der Automatik, ihr habt es ja gerade gesehen, hier Kontrolleinstellung, wir haben schon Höchstleistungsmodus, ja. Also normaler Leistungsmodus haben wir nicht, wir haben Höchstleistungsmodus. Und, wir starten jetzt mal ja den Motor. Wir schauen mal hier rein. Retarder ist mit drin. Am Start, ganz klar. Hier sind wir ja ein bisschen abgeschweift. Von der Fahrbahn. Selbst die Automatik hat natürlich noch mehr zu kämpfen mit der ganzen Geschichte. Verschaltet sich dann auch gerne mal. Gehen wir mal von den 5 in den 3 wieder zurück. Damit können wir es auch gerne versuchen, aber das wird leider nicht funktionieren. Aber ein Versuch geben wir uns natürlich noch. Zumal wir jetzt hier das Problem haben. Ja, ne, die sind ja immer schon so nett. Da machen die Kreuzungen nicht dicht. So, wir haben jetzt hier 21 Meilen. Ich nehme das Ganze jetzt schon mal relativ scharf hier. So, jetzt merkt man so schon. Zack, 8, 5, 2, und 1. Und wenn ich jetzt hier versuche, Retarder aktiv, was ein absoluter Blödsinn ist. So, jetzt räumen wir runter. Naja, wir haben es zwar fast geschafft, aber jetzt räumen wir im Endeffekt runter. Und jetzt geht halt wieder nichts mehr. Schade, also interessanter Mod, aber mit den Triple Trailern irgendwie definitiv nicht zu schaffen. Schade, schade, aber dann ist es halt so. Meine Freunde, ich habe es euch trotzdem mal gezeigt. Wenn ihr vielleicht noch Tipps und Tricks habt, wie man es besser machen kann, gerne in die Kommentare. Däumchen da lassen, nicht vergessen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, auch der Renne. Tschüss, Leute.